Was gehört hatte ich davon schon, von der Maskenbindnerin in Berlin und ich kenne auch Steffi und ich kenne andere, die mitgemacht haben und da bin ich gerne dabei. Eine wichtige Tugend, an der ich mich jeden Tag wieder abarbeite, mal besser, mal schlechter. Und was ich auch finde, was man auch seinen Mitmenschen gut und oft entgegenbringen kann und muss. Deswegen finde ich es ein schönes Wort.